Mein Name ist Lennart und ich studiere VWL. Und ich bin Marie und studiere BWL. Und wir sind beide Mentoren der Wirtschaftswissenschaft. Ich freue mich schon richtig darauf, den Erstis endlich den Campus zu zeigen. Und ich kann es kaum erwarten, nicht mehr mit meinem Hund über die Vorlesungen sprechen zu müssen, sondern meine Mitstudierenden wiedersehen zu können. Also für mich waren die letzten Semester ziemlich schwer, da mir der soziale Austausch gefehlt hat. Und ich bin jetzt richtig gespannt darauf, nach den Vorlesungen wieder neue Kontakte zu knüpfen. Mir war es ehrlich gesagt auch etwas zu viel Zeit nur zum Lernen. Und etwas zu wenig Zeit zum Unisport machen und die anderen in der Mensa treffen. Wir werden mit euch bestimmt bald die alte Gelassenheit wiederfinden. Und nach der ellenlangen Vorlesung zusammen auf der Wiese die Sonne genießen. Wir werden mit euch vielleicht zu viel Zeit wissen. Wir werden mit euch über v entrennden versuche und mit euch vielleicht zu viel Zeit mal wieder sight wir möchten jetzt nächsten Mal weiter. Vielen Dank. Verr sangat üB29 beim K bandsCA